Andrea Edelbauer führten ihre Studien über die Anton-Bruckner Privat-Universität Linz und das Mozarteum Salzburg an die Muck Wien, wo sie kurz vor ihrem Masterabschluss steht. Dieser wurde auch auf Herbst verschoben. Nicht verschoben, ihr heutiger Auftritt. Hier ist Andrea Edelbauer mit Syrings von Claude Debussy. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018